Wenn ich schon so viel Geld verloren habe, gebe ich euch jetzt 5.000 Euro. Ich gebe euch 5.000 Euro von mir und wir werden öffentlich, werdet ihr regelmäßig Updates geben. Wir machen das über unsere Kanäle, was aus meinen 5.000 Euro geworden ist. Geil, mega. Ja, machen wir auf jeden Fall. Founders League, die Plattform für Startups. Der Podcast für Gründerinnen und Gründer. Moin, 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 moin. Heute kommt nur ein trauriges Moin, 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 denn ich habe viel Geld verloren und meine heimische Bank, ich möchte die Sparkasse hier nicht blämen und auch darum nicht sagen, dass es die Sparkasse war, über die ich in meinen Fonds bezogen habe, habe ich gerade gesehen, dass ich 50% meines Werts von einem Fonds in einem Fonds verloren habe. Das ist wirklich traurig in Euros. Das war nicht so ein Riesenfonds. 20.000 eingelegt, 10.000 sind es jetzt. Aber sie haben mir versprochen, sie geben Gas und sie geben alles. Aber das war Grund genug für mich hier, den Julian anzurufen und zu sagen, Julian, find mal irgendwas am coolsten, ja, die coolste Lösung, die es am Markt so gibt. Dafür habe ich nie wieder dieses Problem. Und dann rief er mich an, Markus, hast du alles gelöst? Es gibt doch Vicky, die jetzt gerade zwar noch in der Testphase sind, aber die werden das rocken und die werden dafür sorgen, dass du nie wieder Geld verlierst. Und ich sagte, Vicky, dann hol sie doch her. Und hier sind sie. Moin, 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 Vicky. Vicky, Jungs, stellt euch mal kurz vor. Vicky mit V übrigens für alle, nicht wie der Vicky der Wikinger. Also sagt kurz, was ihr macht und warum ihr dafür sorgt, dass ich meine Kohle wiederbekomme. Vicky mit V, ja, einen wunderschönen guten Tag, Markus. Danke, dass wir hier sein dürfen. Ja, ich bin Lukas, 22 Jahre alt. Ich bin Alex, auch 22 Jahre alt. Und wir kennen dein Problem, also bei uns, auch wenn wir irgendwie eine Finanzplattform bauen wollen, um deutlich besser sich informieren zu können, sieht es bei uns ähnlich aus wie bei dir. Wir stehen auch in den roten Zahlen. Aber das soll perspektivisch natürlich nicht mehr so sein. Wir gehen auf jeden Fall den langfristigen Weg und wollen mit einer Finanzplattform der nächsten Generation dafür sorgen, dass vor allem unsere Generation langfristig schön investieren kann. Und wie wir das Ganze machen, vor allem jetzt... Stopp, jetzt müssen alle wissen, bevor wir zu den Sachen kommen, wie sie es lösen, musst du uns erstmal deine Geschichte erzählen. Ihr müsst jetzt 22 und du wirst jetzt gerade 23. Genau, nächste Woche, ja. Nächste Woche wieder 23, 22, 23. Haben die nichts Besseres zu tun? Sitzen nicht hier mit im Studio? Und wie kommen die denn überhaupt auf die Idee? Und jetzt erzähl von deiner Kommunion. Ja, genau, damals bei der Kommunion ist ein bisschen was zusammengekommen. Ein paar hundert Euro. Und damals wusste ich noch nicht, was ich damit anfangen soll. Das neue Lego Star Wars Set sollte es dann nicht werden. Und dann hat mein Vater bei der Comdirect, wie man das so gemacht hat, mir ein Depot erstellt. Und das haben wir dann über die Jahre immer wieder verfolgt. Und ich hatte auch ein bisschen Mitspracherecht, wenn ich irgendwas interessant fand und konnte mal sagen, hey, Lego-Aktie als bestes Beispiel. Können wir die nicht mal irgendwie mit reinnehmen? Und so habe ich alle sechs Monate ein Update bekommen und immer gesehen, ah, cool, da entwickelt sich ja was, das Geld wird irgendwie mehr wert. Ich habe es natürlich damals absolut überhaupt nicht verstanden. Aber das war so mein erster Zugang. Und wollte immer noch das Lego Star Wars Set haben. Aber sein Papa hat gesagt, nein, Junge, nur durch hartes Anlegen bei Comdirect Wirst du reich und Millionär und schön und alles. Und ja, so war es dann. Und er hat unfassbar, er hat es mir verraten, 700 Euro investiert. Und er hat unfassbare 980 Euro rausgekriegt. Und er hat gesagt, für diese Scheiße habe ich zehn Jahre auf mein Lego Star Wars Set verzichtet. Das werde ich nie wieder tun. Jetzt werde ich meinen Kumpel anrufen und wir werden dafür sorgen, dass das nächste Communenkind 3000 rauskriegt. Und das in dieser unfassbar attraktiven Marktphase direkt nach der Wirtschaftskrise. Ja, also dann ging es weiter. Jetzt hast du, dann werte die Idee, die erste Idee. Beide zusammen oder? Ja, also wir beide haben zusammen gewohnt in Münster. Haben zusammen studiert. BWL auch beide. Und saßen abends auf der Couch und waren uns irgendwie über Aktien am Informieren, weil wir gerade neu damit begonnen haben zu investieren. Und hatten Megaprobleme, einfach irgendwie eine Entscheidungsinformation zu finden. Und so hatte Lukas dann irgendwie auf der Couch vor sich hin gebrabbelt und meinte irgendwann, ey, das müssen wir irgendwie lösen, dass sich auch Leute in unserem Alter und ohne irgendein Vorwissen informieren können. Ja, und das ging dann über einige Monate hin und her. Alles Mögliche ausprobiert irgendwie und zusammengesetzt. Ich weiß noch, unsere erste IPO im Dezember 2020. Airbnb damals, die wir mitgemacht haben, wo wir uns eingekauft haben. Selbst da war aber auch die Entscheidungsgrundlage super, super schwierig, weil wir immer rumgegoogelt haben und auf etlichen Plattformen gelandet sind. Aber nichts hat uns so wirklich angesprochen. Dann haben wir immer und immer und immer weiter ausprobiert. Und irgendwann kam Clubhouse raus, kann sich vielleicht auch noch daran erinnern, mit einem fetten Hype. Und da hat mein ehemaliger Chef, der im Bereich Innovationsmanagement tätig war, schon hunderte Startup-Decks gescreent hatte, mich einfach mal zu-invited. Wo war das? Das war bei PwC. Da war ich auch nur kurz. Praktikorin im Studium. Genau, ja. Und dann haben wir darüber gesprochen. Dann waren wir auf einmal in einem Raum. Ich hatte den Invite, hatte den Zugang zur App. Und irgendwie nach zehn Minuten Smalltalk dachte ich mir, gut, pitche ich ihm das Hirngespinst einfach mal, woran ich arbeite. Und dann hat er gesagt, boah, kenne ich selber den Pain, super schwierig. Habe ich auch immer Probleme mit, nicht nur mich zu informieren, sondern auch up-to-date zu bleiben, eben wenn ich unter Wasser bin oder wie sich das Ganze entwickelt. Komm mal nach Düsseldorf, komm mal zu mir nach Hause. Dann habe ich Alex und Mo, unseren dritten Mitgründer, in den Rucksack gepackt. Wir sind nach Düsseldorf gegurkt. Und ja, da ging es eigentlich los. Dann haben wir da ein Sparing gehabt, bestimmt drei, vier Stunden. Und hatten sogar ein bisschen Gründungserfahrung von den Jahren davor schon, waren super interessiert. Aber hatten keine Ahnung, okay, wie baut man ein Problem-Solution-Fit auf? Wie gehen wir das Ganze überhaupt an? Und da haben wir wirklich von Tag eins einen Mentor gehabt, der auch, muss man sagen, den Stein ins Rollen gebracht hat. Also das kam eigentlich nicht proaktiv von uns, sondern er hat uns in den Hintern getreten und gesagt, Freunde, validiert den Case doch einfach mal. Schaut, wie viele Leute diesen Pain mit euch teilen und irgendwie, ob und wie man das Ganze lösen kann. Und so sind wir gestartet. Julian, jetzt machen wir was ganz Verrücktes. Julian ist ja unser Geschäftsführer von der Founders League und er guckt gerade schon wieder kritisch, was will er denn jetzt schon wieder? Und ihr müsst mal wissen, wenn er schon immer seine Hand an den Kopf nimmt, dann ist das schon mal ganz schlimm. Also, Julian, wir machen was Krasses. Wir machen das live und die Jungs müssen sich jetzt beweisen. Und zwar, wenn ich schon das Geld verloren habe und die Sparkasse macht sonst wirklich einen fantastischen Job, nicht, dass das wie Blame in der Sparkasse wirklich bin, seit ich geboren bin, bin ich bei der Sparkasse und ich werde auch nicht wechseln. Wir waren Montag noch auf dem Event von der Sparkasse. Sehr gut, mega cool. Und wir machen am 3.12. ja Founders League Event mit der Sparkasse Bremen, die auch ganz enorm cool drauf sind in Sachen Startups. So, jetzt kommt's. Wenn ich schon so viel Geld verloren habe, gebe ich euch jetzt 5.000 Euro. Ich gebe euch 5.000 Euro von mir. Und wir werden öffentlich, werdet ihr regelmäßig Updates geben. Wir machen das über unsere Kanäle. Was aus meinen 5.000 Euro geworden ist. Geil, mega. Ja, machen wir auf jeden Fall. Also, ist das ein Deal? 5.000 Euro? Das ist ein Deal. Wir haben ein Deal. Das ist die perfekte Marketing-Kampagne für unser neues Feature. Dazu vielleicht. Wir sind mit der Beta-Version rausgegangen, wie du ja eben kurz angesprochen hattest, haben das Ganze mal getestet. Problem an dem Ganzen ist, das Marktumfeld hat sich irgendwie geändert. Nicht nur für Startups. Da sind einige Komplikationen dazugekommen, sondern der ganze Kapitalmarkt ist unsicher geworden, ist unruhig geworden, sehr volatil. Und das verunsichert natürlich auch die jungen Anleger. Jetzt haben wir irgendwo eine Plattform gebaut, die halt dafür da ist, wenn man sich proaktiv inspirieren oder informieren möchte. Diese Nachfrage danach ist natürlich signifikant gesunken irgendwie. Und wir haben uns in den letzten Monaten super viele Gedanken gemacht, was können wir machen? Wie können wir mit den Daten, Informationen, die wir haben, eben vielleicht nicht nur bei der Entscheidungsfindung unterstützen, sondern auch als Begleiter da sein? Wie beispielsweise bei dir, der das Geld eh schon angelegt hatte. Jetzt bist du die 5.000 Euro unter Wasser und fragst dich, ja okay, warum ist denn das so? Vielleicht erst mal die Fondsstruktur anschauen. Und dann gibt es aber auch oft einfache makroökonomische Effekte, die halt auch ziemlich viel erklären, die ganzen Zinsveränderungen und sonst was. Und es gibt in den sozialen Medien mittlerweile super viele gehypte Podcasts, Channels, Instagram, Twitter, Reddit. Alles ist überflutet mit Finfluencern und Content, die millionenfach geklickt werden monatlich mittlerweile. Und wir sind ja eh schon dabei, das irgendwie greifbar zu machen und haben dann gesagt, wie wäre es denn oder wie geil wäre es denn, wenn wir für die 4,8 Millionen jungen deutschen Anleger und Anlegerinnen die so dazugeströmt sind in den letzten 2, 3 Jahren so ein Instagram oder ein LinkedIn-Feed quasi individuell maßgeschneidert für ihr Depot anbieten können. Dass du halt irgendwie diesen psychologischen Rückhalt hast und eben weißt, okay, ich bin zwar unter Wasser oder es ändert sich was und es geht hoch und runter, aber ich verstehe endlich, warum das so ist. Wir haben es gehört. 4,8 Millionen junge Anleger und Anlegerinnen wissen nicht, wohin mit der Kohle. Rente ist knapp, Inflation ist da. Wie soll man seine scheiß Altersvorsorge schaffen, wenn einfach niemand weiß, wo man das Geld reinstecken soll? Leute wie ich haben Kohle verloren. Das haben wir gerade auch ausgearbeitet. Und darum gebe ich diesen Jungs hier 5.000 Euro. Die machen aus meinem Geld mehr. Und vor allen Dingen werdet ihr sehen, wie ihr zukünftig diese App runterladen könnt, nach der Pilotphase. Und wie ihr mit euch einfach das Geld gesichert vermehren könnt. Und gesichert heißt natürlich, die können da keine Garantie für nehmen, aber die sagen euch, wie es geht. Die informieren euch mit den wichtigsten Highlights. Ist das richtig wiedergegeben? Das ist sehr gut wiedergegeben, Markus. Und jetzt habt ihr gesagt, so, jetzt kommt's. Test, learn, build bigger ist das Game. Wir sagen ja immer, nur wer wagt, der gewinnt. Und wer wagt, der muss auch mal viel verlieren. Und darum war eure erste Version gleich scheiße. Und habt ihr festgestellt, die Pivot, die ihr euch ausgedacht habt, die funktioniert gar nicht. Erzählt mal darüber. Ja, wir sind gestartet mit einer Idee, dass wir alle Informationen, die irgendwie auf allen Plattformen findbar sind, aggregiert auf einer zusammenführen. Das haben wir auch, ja, so circa ein halbes Jahr umgesetzt und hatten dann auch unseren ersten MVP. Der wurde uns von Bessem, das war der, der unser Mentor von PwC, zusammengeschustert. Und da konnte man so sich ein bisschen durchklicken. Das Problem war einfach, wir haben sehr schnell gemerkt, okay, die jungen Leute, die wollen überhaupt nicht alle Informationen haben, sondern die wollen eben die Informationen, die sie selber verstehen können. Und da ist so ein bisschen dann unser Pivot gekommen. Das heißt, wir haben unsere ganze App umstrukturiert und unser Business-Modell nochmal umgeplant. Genau, und haben dann eben Wiki gegründet, dass wir eben nicht alle Informationen anbieten, sondern eben die, die jeder verstehen kann. Mega. Mirko, Julian, was sagst du? Ja, deswegen sind sie hier. Sonst wären sie nicht hier, wenn sie nichts drauf hätten, oder? Ihr hört so. Julian, ihr müsst wissen, Julian ist eine verrückte Geschichte. Wir hatten das gerade in einer anderen Folge schon gesagt. Julian wurde von Benni, unserem anderen Mitgründer, wurde angerufen und hat gesagt, Benni, du hast einen tollen Job. Du hast gerade Karriere gemacht, den nächsten Aufstieg hinter dir und kriegst gutes Geld. Aber schmeiß das alles weg. Bei uns kannst du für Ruhm und Ehre und für die Hälfte arbeiten und musst gleichzeitig noch Geld investieren und den dicken Kredit aufnehmen. Aber du wirst mega Spaß haben. Du kannst immer tolle, innovative Unternehmen kennen. Und hat Benni viel zu viel versprochen? Lernst du hier coole Unternehmen kennen? Jeden Tag. Und dafür kann man auch gerne für die Hälfte arbeiten. Und du hast, hast du Lust für die Hälfte, bei denen auch ein bisschen zu investieren, wenn du die App hast und über die App zu nutzen? Wirst du es machen? Dann musst du ja den nächsten Kredit aufnehmen. Er wird den nächsten Kredit aufnehmen und auch über diese App investieren. Und das ist mega cool hier, weil das ist der Zeitgeist. Denn wirklich, man kriegt die Informationen, man kann sich Doppelgänger-Podcasts, die das sensationell gut machen, eine geile Community haben. Also du kannst die andere gucken, aber es fehlt einfach noch so dieser Markt. Ich bin ja zum Beispiel einer, der lieber, ich kann unglaublich schnell lesen und wenn ich sowas hätte und ich da Vertrauen drin habe, würde ich immer lieber schnell immer durchfliegen. Und dann würde jeden Tag dann immer schnell die Entscheidung treffen. Und darum geht es ja. Ihr helft bei der Entscheidung. Und zukünftig kann man ja sogar über euch kaufen. Zumindest ihr vermittelt das dann. Ja, vielleicht vor dem Punkt, Doppelgänger-Tech-Talk ist so ein super gutes Aufhängerschnitt oder ein gutes Beispiel. Da siehst du auch irgendwie das Problem, was in Social Media noch da ist. Also wie viel Potenzial eigentlich verloren geht, weil du kannst es dir halt anhören und dich berieseln lassen. Und da werden super cool die ganzen Earnings und alle möglichen Gäste abgegeben. Es ist super interessant und es ist vor allen Dingen perfekt zugeschnitten in wenigen Minuten und gut konsumierbar, weil es eben via Audio ist. Aber wenn du jetzt sagst, okay, ich habe eine Amazon-Aktie in meinem Depot, also den Spieß umgedreht und ich möchte wissen, was gerade damit passiert, dann weißt du nicht, in welcher der letzten fünf Doppelgänger-Folgen oder von den anderen Finanz-Podcasts in welchen Minuten genau darüber vielleicht gesprochen wird. Und es gibt sicherlich zwei, drei Anbieter, zwei, drei Podcasts, die genau darüber sprechen, was sich interessiert. Und es gibt auch sicherlich anderen Content auf YouTube, auf Instagram etc. Aber das eben suchbar, filterbar und greifbar zu machen, würde halt nochmal ein riesiges Potenzial, einen riesigen Mehrwert oben drauf bringen. Und das ist unser Ziel, die neue Finanzwelt quasi ein bisschen greifbarer zu machen. So, jetzt hast du die neue Finanzwelt und das ist, die kommen ja aus Münster, müsst ihr wissen, und nicht aus Berlin und darum sagen sie, die neue Finanzwelt ein bisschen greifbarer machen. In Berlin hätte man jetzt gedacht, wir werden sie rocken, wir werden sie verändern und wir werden die alte Finanzwelt ein bisschen killen. Und um das in Münsterländisch wieder, wir werden sie liebevoll einfach weghauen. Also, Gefällt mir auch. Diese beiden Jungs werden liebevoll, diese beiden Jungs aus Münster werden liebevoll, diese Welt weghauen, die alte Welt und sie dann neu überführen und euch gesichert alle Informationen zukommen lassen. Jetzt erzähl mir, wie es weitergeht und warum man demnächst über euch dann auch das Ganze kaufen und verkaufen kann. Genau, wir sind gerade in Gesprächen mit diversen Banken und Brokerhäusern und wollen letztendlich an unsere App einfach eine API anschließen, sodass man weitergeleitet wird zum Brokerhaus. Welches genau, können wir jetzt gerade nicht sagen, aber man kann sich nicht... Habt ihr den Deal in der Tasche? Nicht in der Tasche, nee. Wir sind gerade in den finalen Gesprächen. Und seid ihr hart im Verhandeln da? Wir sind in einer guten Position, sagen wir mal so. Warum? Weil wir vor allen Dingen alten Banken etwas ermöglichen, was sie nicht können und zwar den Zugang zu jungen Menschen. Also, wenn man uns im B2B als Marketingplattform einfach mal betrachtet, sind wir ja diejenigen, die den Channel irgendwie öffnen und die ganzen jungen Leute, Gen Z und Millennials irgendwie auf die Plattform draufholen und das ist abgesehen von den Neo-Brokern, die es super gelöst haben, also Trade Republic oder Scalable Capital zum Beispiel, sitzt da eine ING, eine Consorz, eine Comdirect und sagen, okay, wir müssen uns langsam Gedanken um unsere Struktur machen und wie sieht unsere Zukunft aus? Wir haben keinen Zugang mehr und unser Angebot ist nicht attraktiv genug, sowohl vom Preis als auch irgendwie von der Aufmachung und deshalb sind wir da eigentlich in einer ziemlich coolen Position und die Gespräche laufen gut. Ja, aber gut, klar ist es noch nichts. Julian, hast du es mitgeschnitten? Mega cooles Statement hier, was sie machen, finde ich mega, aber jetzt bin ich ja die Bank, die alte, traditionelle, super coole und super sexy Mega-Bank. Bleiben wir bei der Sparkasse. Die Sparkasse, die ich wirklich liebe, weil die Sparkasse, und mein Nachbar ist hier auch Chef der Unternehmens, Unternehmenskundenabteilung, lieber Markus, ich liebe euch doch, aber ich muss trotzdem ein paar Witz über euch machen. Dazu genug gesagt, jetzt werden die euch aber sagen, aber ihr ermöglicht den Zugang, aber ihr habt ja noch gar keinen Zugang und somit werden sie als Gegenargument euch wieder klein fahren. Was sagt ihr dann? Dann sagen wir, es ist ja nicht nur so, das ist halt irgendwo natürlich auch ein Gamble, dass du sagst, okay, wir gehen jetzt online und vor allen Dingen, wenn man eine Exklusivpartnerschaft haben möchte, weil das wollen sie irgendwo alle, da ist halt von uns die Frage, okay, wie befristet machen wir das, damit wir uns auch nicht irgendwo festfahren, aber es sind auch andere Sachen. Wie werbe ich denn in der Finanzbranche gerade meine Produkte oder mein Brokerage oder sonst was an? Das passiert meistens über Webseiten, über Werbebanner etc. und auch die sind überhaupt nicht auf die Generation zugeschnitten. Jetzt können wir am Anfang sagen, das haben wir in der Beta zum Beispiel auch getestet, okay, wir nehmen eure Werbungen und wir basteln die selber um und wir machen A-B-Testing und wir spielen das einfach mal 500 Leuten aus und gucken, wie die Conversion Rate ist und dann können wir den Papier hinlegen und sagen, hier, guck mal, wir können die Zielgruppen, die ihr ansprechen wollt, deutlich besser selber ansprechen, weil wir selber aus der Zielgruppe sind, ist auch, glaube ich, mit unserer größten Stärke, als ihr das könnt und können halt eben das auch super vergüten, vor allen Dingen in der Early Stage, wenn wir wenige User haben, aber trotzdem halt einen großen Mehrwert schaffen, indem wir sagen, wir schaffen es, die Leute zu tangieren mit einer deutlich höheren Conversion Rate und das können die dann eben, ich sag jetzt mal, als Agenturleistung vielleicht oder sonst was mit uns in Kooperation machen und so können wir schnell auch schon ohne die Milestones, die mit den Usern kommen müssen, Woher wisst ihr, dass es ein guter Deal ist? Das weiß man am Anfang nie, ne? Genau, jetzt kommen wir nämlich zu einem Problem, wer weiß es nicht? Jetzt gebe ich euch eine Faustformel. Ich gebe euch eine Faustformel, wie das geht, wie man einen guten Deal macht. Okay, schieß los. Wirklich, du kannst Julian fragen, ich weiß wirklich, wie man gute Deals macht. Ich kann nicht so viel, aber wenn man richtig gute Deals macht, das weiß ich wirklich. Und wenn ihr denkt, das wäre ein guter Deal bei dem Verhandlungsstatus, wo ihr seid, ruft ihr sie morgen an und sagt denen, ihr müsst leider noch das Doppelte drauflegen und sonst seid ihr einfach raus. Tut mir leid. Und das ganze Ding nennt sich Möhre auf den Tisch legen, fette Möhre. Die fette Möhre liegt auf den Tisch, alle Verhandlungspartner am Tisch sind so richtig hungrig, wollen diese Möhre und du tust so, als liegt die ganz nah und sie müssen nur noch zugreifen und diese saftig, coole, orange und rot aussehende Möhre, sie müssen nur noch reinbeißen und genießen und dann, sie denken, alles ist sicher, es ist safe, sie kriegen diese Möhre auf jeden Fall und dann ziehst du sie weg und sagst, tut mir leid, ich packe die Möhre ein und ich gehe nach Hause. So läuft Verhandeln. Fear of missing out. Sie werden sagen, ich will auch diese Möhre, ich will, ich tue alles, ich tue alles dafür, dass ich diese Möhre zurückkriege, aber lege sie wieder auf diesen Tisch und dann gehört diese ganze Verhandlung dir und so machst du das und das machst du egal, mit wem du zusammensitzt und du machst es nie unfair, du machst es immer voll auf Respekt und man darf nie überverhandeln, das ist auch ein wichtiges Credo, aber du ziehst diese Möhre vom Tisch. Also egal, was ihr jetzt mit diesen Banken gemacht habt, ich sage euch, der Deal ist scheiße, ohne ihn zu kennen, er ist aus eurer Sicht gut verhandelt, aber er ist garantiert scheiße. Ich werde die Möhre sowas von vom Tisch ziehen. Zieht die Möhre vom Tisch, ist das versprochen? Ja, ist versprochen. Hier zieht diese Möhre vom Tisch. Möhre wird vom Tisch gezogen. Er zieht sie vom Tisch. Er zieht sie sowas von vom Tisch. Wir hatten in der Vergangenheit auch gerade bei diesen harten Verhandlungen auch schon viel Erfahrung gemacht und haben auch schon tatsächlich zwei großen Banken von unserer Seite aus abgesagt, weil wir einfach gesagt haben, auch die technologische Seite ist für uns super wichtig und wenn ein Broker oder eine Bank nicht mal ein Face-ID in der App hat, ist das für uns schon ein No-Go, weil wir wollen eben das Investieren so einfach und verständlich wie möglich machen und da kann es nicht sein, dass man drei Apps braucht, um überhaupt einen Trade abzuschließen. Ja, als ich 24 war, da hat mir mal ein Professor gesagt, dadurch war ich schon selbstständig und er sagte, Markus, du bist mal so ganz nett und cool und ich glaube, da machst du aus, aber jetzt erkläre ich dir mal eins und von ihm habe ich das von der Möhre, das hat mir nichts selbst klar. Der hat mir damals, und jetzt will ich gar nicht darum, ob das jetzt korrekt ausgedrückt ist oder nicht, da scheißen wir jetzt mal einmal in dem Moment drauf, der hat mir gesagt damals, Markus, jetzt stell dir mal vor, du gehst zu so einem Date und du bist jetzt hier nur Markus und gegenüber sitzt die coolste Frau ever und die denkt, du bist halt nur Markus. Jetzt, ich will gar nicht über, ob ich doch ein toller Mensch bin oder sonst, jetzt bist du einfach nur Markus. Sie denkt, wenn ich wollte, könnte ich diese fette Möhre immer haben, ist ja nur Markus, aber ich weiß gar nicht, ob ich will. Doch wenn der Markus einfach vom Tisch aufsteht, nachdem er ihr das gute Gefühl, dass sie sofort den Markus haben könnte und sie völlig gelangweilt deswegen ist, einfach vom Tisch geht und sagt, du bist leider nicht mein Typ. Super nett und super schön mit Zeit und du gehst und du wirst sehen, dass diese krasseste Frau ever will einfach diesen eigentlich nur Markus einfach haben, weil sie denkt, was ist denn mit dem los? Denn das ist die Wahl. Das ist wirklich pure Psychologie, wie du alle in umgedrehte Verhaltensmuster kippen kannst und das funktioniert immer und das funktioniert auch, wenn du das andersrum mit mir machst und das müsst ihr machen bei diesen Banken. Man muss sich interessant machen. Man muss sich interessant machen, aber das geht nur, wenn ihr vorher hart verhandelt, sind sie gar nicht, dann sind sie nicht gelangweilt, ich könnte es sowieso haben, Modus, dann funktioniert es nicht. Also müssen sie erst denken, der Deal ist schon fast sicher und dann zieht ihr die Möhre vom Tisch. Funktioniert so. Und ihr müsst zusehen, die meisten machen den großen Fehler in Startups. Das ist wirklich so krass, weil sie am Anfang zu, also am Anfang macht man aus der Unsicherheit und man freut sich überhaupt, dass so viele Banken mit einem sprechen, dass man überhaupt das Feedback bekommt und man denkt, krass, dass ich überhaupt mal diesen Deal so gut verhandelt habe. Nach zwei Jahren ärgert man sich und denkt, was hat man für einen Scheiß-Deal verhandelt, weißt du? Und also, da müsst ihr immer genau höllisch aufpassen und lernt von Amazon. Weißt du, Amazon, Exklusivität ist toll, schiebt euch die Exklusivität in den Arsch, liebe Banken, weil der ist ja nicht aus dem Kunden gedacht. Der Kunde, ihr seid der Vermittler. Ihr seid das Trudge-Tempel der Kunden. Ihr seid nicht die Bank. Weißt du? Ihr habt dafür zu sorgen, dass der Kunde entscheiden kann, welche Bank er gut findet und dann müssen die Banken halt die Hose runterlassen, wo gibt es die meiste Rendite, nachweis ich bei euch. Die Kunden bewerten das. Das ist die Amazon-Logik. Sie hat gesagt, wir lieben Banken in dem Fall oder sie lieben Händler, tun sie auch, aber der Kunde entscheidet, wen er am meisten liebt. Nicht wir. Wir geben euch eine Plattform, liebe Händler. Ihr könnt euch mega gerne, und ihr müsst euch richtig anstrengen, wenn ihr auf unserer Plattform sein wollt. Und das ist das, was ihr tun müsst. Ja, hast du vollkommen recht. Das, was du eben angesprochen hattest mit, boah, als man das erste Mal bei einer großen Bank dann irgendwie am Vorstandstisch saß und durch die Städte in Deutschland gefahren ist, war das ein super cooles Gefühl. Das war alles neu. Ich meine, wie gesagt, wir sind Anfang 20 und es ist so, man lerne wie jeden Tag was Neues auf dieser schönen Reise und Achterbahnfahrt. Zum Glück haben wir durch unser Advisory Board von vornherein ziemlich hartes Sparing diesbezüglich bekommen. Die waren sehr, sehr ehrlich. Genau wie du jetzt auch gerade und haben gesagt, Freunde, lasst euch davon nicht blenden. Sprecht erst mal mit einer großen Bandbreite und macht euch erst mal ein Gesamtbild, wie überhaupt so die Nachfrage ist und eine allgemeine Zahlungsbereitschaft und ein allgemeines Interesse. Also da hast du vollkommen recht. Den Fehler hätten wir ohne unser Advisory sicherlich auch gemacht. Super cool übrigens, dass ihr von Anfang an ein Advisory Board dabei hattet. Ja, das war super wichtig. Gerade über einem sensiblen Thema ist das, glaube ich, auch sehr nötig. Liebe Gründer und liebe Gründerinnen, ich sage das mal jedem, ich habe auch vom ersten Tag immer ein Advisory Board dabei gehabt. Prio 1, ja, ohne das läuft es nicht. Also vor allen Dingen, sobald die Ebene professioneller wird, man wird immer mit neuen Bereichen konfrontiert. Ich meine, in meinem Fall jetzt dieses Jahr, ich hatte keine Ahnung, vor allen Dingen keine professionelle Ahnung vom Fundraising, von A bis Z, wie bereite ich eine Runde vor, das ganze Netzwerk irgendwie aufzubauen, wo auch ein Advisory Board super sinnvoll ist, weil die meistens ein ganz gutes Netzwerk mitbringen und dann auch gewollt sind, wenn sie eh schon mit dir zusammenarbeiten, dir das zu öffnen und das öffnet dann wieder neue Türen, wenn du das halt schaffst, einfach die Leute zu begeistern. Aber du brauchst halt erstmal diesen ersten Schritt in die Tür rein, um überhaupt in diese breite Welt eintauchen zu können. Und ich glaube, das ist nicht nur in unserer Branche so, sondern eigentlich überall und immer. Und bei diesen ganzen Schritten dann einfach supported zu werden, beim Hiring, wie stelle ich die ersten Mitarbeiter an, wie gehe ich das Ganze an, Regulatorik, Sachen, Geschichten, rechtliche Themen, Fundraising, also das sind so viele Sachen, wo man überhaupt sich noch nie wirklich mit beschäftigt hat und wirklich, wenn man da gezielt nach Leuten schon früh anfängt zu suchen, die einen unterstützen, die Expertise mit reinbringen können, die auch gewollt sind, irgendwie diesen Weg zusammen mit dir zu gehen, dann gibt dir das ordentlich Rückenwind. Ihr habt 53.000, 57.000, habt ihr beiden investiert, ne? Wir selber in Wiki rein, ja, wir haben, ja, um die, wir drei Gründer haben um die 60.000 in Wiki reingesteckt, ja. So, und dann habt ihr noch 250.000 von extern bekommen, ne? Genau, also wir sind gerade, da kommen dann in den nächsten Monaten auch nochmal mehr Informationen. Informationen, sind das über die Kontakte von deinem Vater gekommen? Ne, 0,0, nicht ein einziger. Sein Vater ist auch super gut vernetzt, weil er einfach aus der Wirtschaftsprüfungsecke kommt und da weiß er genau, er kann vorher schon nachgucken, wie viel Kohle die Leute haben und auch zu seinem Sohn rübergeben könnten, aber er hat es nicht genutzt, aber er hat es sich selbst nämlich geschafft und hat selbst geschafft, die zu gewinnen und das ist mega. Also ihr seid 22, er wird jetzt gerade 23, du bist 22 und ihr habt es geschafft, 250.000 in der Beta-Phase für euer Produkt zu bekommen. Also ich finde, wir dürfen einmal applaudieren, oder? Ein großes Dank muss man da auch einfach sagen an das Hive, das ist unser Community Space, wo wir gerade sitzen mit unserem ganzen Team. In Münster. Genau, in Münster. Münster Hive. Das ist von der 2. GmbH quasi die Fläche zur Verfügung gestellt und dadurch konnten wir unser großes Netzwerk auch sehr, sehr gut aufbauen. Da haben wir auch den Head of Trading von Lang & Schwarz kennengelernt. Mega. So ein Social Event und der hat ja auch bis jetzt glaube ich den größten Teil dazu beigetragen, dass unser Weg so gut läuft und ja, da ein großes Dank. Zweitag ist einer meiner allerersten Kooperationspartner gewesen, damals, als ich mich 2004 selbstständig gemacht habe. So seht ihr, so haben wir direkt schon, da war damals Zweitag aber auch noch super klein. Die waren klein, die waren klein und ja, mega cool, dass die sich so engagieren für die Szene und das zeigt auch, wie wichtig das ist, egal ob Founders League oder das Hive von Zweitag, wir müssen nur gemeinsam nach vorne geht es und wir müssen uns alle helfen und dürfen auch keine Gegenleistung dafür erwarten, sondern helfen hier und gemeinsam nach vorne zu gehen. Give me before you get. Ja, genau. Mega cool. So und jetzt wollt ihr 500.000 weit haben. Ja, wir sind dabei. Was macht ihr damit? Primär geht es erstmal darum, was der größte Painpoint war, was ich auch eben erzählt hatte, wir haben die Beta-Version getestet und haben uns ein bisschen im Markt angepasst und wir wissen genau, wo wir hinwollen. Wir sind vom Product einfach zwei oder vielleicht sogar mittlerweile zweieinhalb Quartale weiter als von der technologischen Umsetzung. Dieses Bottleneck zu stopfen war eben Prio Nummer eins, weshalb wir überhaupt gesagt haben, okay, jetzt ist der Punkt, wo wir überhaupt ins Fundraising müssen, jetzt brauchen wir Kapital, um einfach die PS, die wir in der Hinterhand haben, mal auf die Strecke zu bekommen und sobald wir online sind, und im Januar wollen wir erstmal, während wir online sind, natürlich nochmal iterieren und in den ersten Monaten jetzt unseren Product Market Fit richtig finden, mit Stimuli schon mal ein bisschen Marketingbudget reinschmeißen und sobald wir ein richtig schönes organisches Wachstum eben sehen können, beobachten können, dann geht es natürlich in die Skalierungsphase. Dann ist es wichtig, einen Lautsprecher zu haben, auch da vielleicht noch eine Head of Growth Position mit reinzunehmen, die schon mal ein Startup hochgescaled hat, die weiß, wie das läuft, Brand aufbauen, Community aufbauen, den B2C-Venture. Was war die TikTok oder was war euer Ding? TikTok, Insta, YouTube Shorts. YouTube Shorts mittlerweile, da hat sich ja, das ist ja so eine Kehrtwende gerade, vor allen Dingen in den letzten acht bis zwölf Wochen, dass auf TikTok die Views deutlich runtergehen, man kann halt super recyceln auf YouTube Shorts, das läuft auch gut an, ich meine, wir sind halt auch noch am Anfang, wir... Habt ihr erklärt, genau. Genau, wir gehen auch effizient mit der Kohle um, die wir jetzt gesammelt haben und sagen halt, okay, bevor wir nicht anfangen zu monetarisieren, weil ist ja schon so ein bisschen wieder die Cash is King Brille von Außenseite, von Investorenseite halt auch drauf und deshalb wollen wir jetzt nicht irgendwie schon so eine hohe Burnrate haben, so viele in Ads stecken, sondern erstmal den Product Market Fit finden und dann geht's richtig ab. Wir gucken mal alle brav in die Kamera, denn diese Jungs suchen 500.000 Euro, also wer von euch hat 500.000 Euro für diese Jungs, die die Bankenwelt auf den Kopf stellen, weil sie euch genau sagen, welche Aktien ihr kaufen und verkaufen müsst, damit ihr alle privat die nächste in der Altersvorsorge reich, glücklich und schön leben könnt. Was soll euer Investor, eure Investorin mitbringen? Wen sucht ihr? Vor allen Dingen gerade ist es super interessant für uns, ich sag mal, von Kapitalmarkt-Expertise, vom Legal-Bereich sind wir super gut unterstützt mittlerweile, aber eben Community, vielleicht Influencer, B2C-Erfahrung, Startup-Erfahrung, also ich sag mal, deutlich mehr in die außenkommunikative Richtung, da noch Angels mit reinzuholen, wäre super interessant und Leute, die selber gegründet haben, ist natürlich auch immer super, super, super spannend, weil man da, egal aus welcher Branche, immer wahnsinnig viel mitnehmen kann. Das ist, glaube ich, so Ziel. Genau und zusätzlich wäre von der technologischen Seite vielleicht auch mal ein Business Angel, der schon mal selber eine App aufgebaut hat, nützlich, weil wir haben alle unsere Mentoren irgendwie auch durch unsere Business Angel bekommen, bis auf unser CTO, der ist so ein bisschen auf der Strecke dadurch geblieben, dass einfach die meisten Angel kein Tech-Background haben. Ab wie viel kann man bei euch einsteigen? 25, 50, 75.000, was muss man da geben? 25 bis 50. 25 bis 50 und ihr seid dabei. Also, wer möchte investieren in die Zukunft? 25 bis 50.000, liebe Fußballerinnen, liebe Fußballer und gerade liebe männliche Fußballer, gerade jetzt WM oder alle, die nicht bei der WM sind, ihr verdient ja ein wenig Geld und vor allen Dingen investiert ihr auch gerne in Aktien. Hier ist ein cooles Startup, ich finde, da gemeinsam den Fußballern noch ehrlichere und schnellere Informationen zuzugeben, wie sie neben Fußball noch investieren können, mega spannendes Feld, kann ich gut sehen. Ich bedanke mich, dass ihr da wart und ich finde, ihr rockt das richtig gut und ich bin super gespannt, ich werde euch eben beobachten. Danke. Wir haben zu lange. Vielen Dank, vielen Dank.